ok also wie war der trick aufs gas aufs gas und nicht rechts an die wand kommen ok du musst quasi wenn du gewinnst wenn du die ganze zeit auf dem gas bleibst und nicht auf dem runter gehst und nicht innen von der strecke runter kommst und nicht außen ja und keine anderen fahrzeuge rahmen keine fahrzeuge rahmen was schwierig ist beim überholen also ich hoffe mal der wagen ist jetzt wirklich etwas schneller als der den ich davor hatte 45 sekunden 501 ist die beste zeit ich habe noch keine kontrolle und der fährt hier schon fast den rhein das ist vielversprechender start ich bin direkt in die wand nicht direkt ok dass das könnt ihr euch ich habe eine gute möglichkeit gefunden zu überholen ihr könnt euch das im video angucken ich so es klingt so als hättet ihr das hinter mir gesehen das ist der grund warum oben wieder so kacke sind so gefährlich ich kann dir da leider noch keine auskunft zu geben wo 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 die ki hat gerade vor mir einen abgeschossen das war scheisse Da ist die KI, die ganz viel hüpft. Derek Kane. Ui! Jason McKay? Ach, das sind andere! Der klingt wie ein Düsenjet. Pass auf, du überrundest jetzt die ersten wieder. Wie ist Resetting? Yoshi? Wie ist R2? Was, R2? R2, glaube ich. Ich hatte gerade leichten Kontakt mit der Wand. Oh, da kommt auch schon einer. Sonst die Tasten, die nicht direkt... Ja, das war's. Ich habe irgendwie die Kamera verstellt. Die gleiche Taste nochmal drücken. Ich habe alle gedrückt. Gehen sie den gleichen Song nochmal. Gehen sie den gleichen Song nochmal. Ah, da stehst du. Hier liegen ziemlich viele Teile. Oh! Ich habe zwei Runden überrundet, glaube ich. Also ich bin jetzt das erste Mal an dir vorbeigefahren. Ja, ich auch. Neue schnellste Runde. Yay. Da ist nur einer voll reingefahren. Ich muss nochmal ein bisschen an den hier vorne rankommen. Ich würde gerne nochmal so überholen, wie ich das am Anfang gemacht habe, ob das bei dem auch klappt. Wenn ich den wieder hinten so auf den Reifen fahre. Lele, Lele, St. David. Scheiße, Wand. So, jetzt ist tatsächlich Ende. Und ich kann wirklich vom Chaos gehen. Huh. Ist dem Typen gerade noch was weggeflogen? Nochmal, nochmal. Ja, eins mache ich davon noch. Oh, dritter und vierter. Yoshi war hinter mir. Ich bin nicht letzter. Wie kriegt ihr, ich weiß nicht, wie... Und wie kriegt ihr eine 44er Zeit dahin? Äh, die bin ich im Windschatten gefahren von dem Typen vor mir. Achso, okay. Weil der eine hat auch eine 42er Zeit, das weiß ich auch nicht, wie er das schafft. So. So. Das weiß ich auch nicht. So, direkt nochmal, macht bereit. Oder wollt ihr was wechseln? Ja. Links. Links und Gas. Und zu Anfang muss man irgendwann schalten. Okay. Ja, stimmt. Und beim Start, wenn man selbst übernimmt, sollte man nicht voll auf dem Gas stehen, habe ich gemerkt, das war nicht so gut. Hey, die 45, 501, da habe ich doch geschlagen. Warum steht da bei mir no data available? Und keine personal best? Ich kann nicht, weil wir eigentlich ein schnelles Spiel gemacht haben und nicht... Mit Quali und so, glaube ich. Zählt das nicht, wenn man die im Rennen fährt? So, okay, dann... Moment, ich muss nochmal ganz kurz was... Oh, du startest als Erster, ich als Dritter. Wo ist Yoshi? Ähm... Ähm, Vorletzter. Oh, oh. Oh, ich bin Erster. Gut, dass Neo immer zuhört, ne? Was? Was? Der hat so eine Amerika-Lackierung. Hui! Nee. Hui! Oh, 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 geh weg! Hui! Das war knapp. Ich habe wahrscheinlich den zweiten... ein bisschen abgeschossen. Ich bin hinter dir, Neo. Oh nein. Bitte nicht nach rechts außen fahren. Ich versuch's. Ich bin neben dir. Äh, ich versuche mich so gut es geht an der Wand zu halten. Echt? Habe ich gar nicht gesehen. Ich versuche mich so gut an der Wand zu halten, wie ich kann. Ist immer schlecht. Ja, ist... Halt schon so an der Wand... Keine! Das ist... Dass ich sie nicht... Ah, da kannst du einfach drüber fahren. Oh, ho, ho, ho. Hui! Äh, da vorne fährt mehr langsam. Pass auf. Ja, ist noch ein Stück. Ist... Es ist in der nächsten Kurve, glaube ich. Das ist ein Problem für Zukunftsnährung. Ja. Und was ist, wenn ich euch nicht ruhig lasse? Bist du das? Ich bin zumindest die Nummer 29, aber die 30 ist gerade in einem Pit, wo auch immer die Pit ist. Einfach hier links irgendwie bei der Stadt Zielgeraden, glaube ich. Klingt wieder, als wenn ich die wieder überholen möchte. Ja, da ist aber noch ein bisschen Platz. Scheint hinter uns. Habt ihr auch in der Mitte so ein Ding, was man mit einem Geldstück aufmachen muss? Ja. Das ist, da musst du vielleicht die Euros reinwerfen, damit das nicht fährt. Nio. Hast du, das ist Geld betrieben? Ja. Warst du früher nicht auf diesen Bahn? Ja, haben wir erst mal rein gefahren? Oh ja, so ein weißer. Ist er da weg? Äh, ja, der war erst mal wieder langsamer. Oh. Nein, ich bin in die Wand. Huh. Hab den Wagen zumindest gefangen, aber du musst jetzt nicht mehr aufpassen. Ich bin, äh, ein ganzes Stück hinter dir. Jetzt kann ich auch mal wieder innen fahren in der Kurve. Ich hole aber auf. Oh. Oh, neue persönliche Bestleistung. Ich bin exakt 0, 0, 0 gefahren. Da fährt einer neben der Strecke? Ja, ich bin links von dir. Ich hab ihn überholt innen. Ach du Scheiße. Ich bin beim Arcade-Tanel und sollte sich auch mal ergeben, sagt der Bescheid. Jo. Jo. So, ich bin wieder hinter dir. Aber ich hole wieder auf. Ich fahr schneller. Ich weiß nicht. Windschatten? Ich bin außen. Wieder oben. Wo. Das. Ach du Scheiße. Du hast dich in meinen Reifen verhakt. Wir überholen welche. Ah. Ja. Ja. Da war auch nichts mehr zu machen. Wir hingen einmal ineinander. Komm nicht mehr auf die Strecke. Der hat auch keinen Rückwärtsgang. Doch. Denn. Der müsste. Ne, das stimmt. Das war der andere Wagen. Also der andere, den ich vorhin hatte. Der hatte einen Rückwärtsgang. Ah. Hä. Schade. Entschuldigung. Was ist da? Wieder abgeschossen. Vorletzte Runde. Kurz vorm Ziel. Ich glaube, ich mache jetzt aus. Schießt mich ab und dann wirst du auf. Ihr könnt, ihr könnt ja noch. Ja, ich muss morgen arbeiten. Ihr könnt ja jetzt noch fahren. Äh, ne. Also ich mache jetzt. Oh. Auch gleich feierabend. Ich bin auch noch zweiter geworden. Ich habe mich abschießen und zweiter. Ich war zweiter. Ja, der Typ hat uns halt überholt. Den dritten habe ich geblockt. Ja, 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 ja. Außerdem hast du dich in meine Reifen verhakt. Ich war vorne. Ich war vorne. Quatsch. Du wolltest, dass ich das aufnehme. Also wir können ein Video-Review machen. Aber nicht aus meiner Perspektive. Das ist unfair. Ich bin der Horst. Meine Perspektive stimmt. Ja. Okay, das Ding.